Mit der Funktion Zeitlimit auf dem iPhone kannst du die Apps limitieren, die du nutzen kannst und wie lange. Wenn du aufgrund von Limits nicht auf bestimmte Apps auf deinem Gerät zugreifen kannst, kannst du die Funktion deaktivieren, wodurch alle Limits von deinem Gerät entfernt werden. In der folgenden Anleitung wird gezeigt, wie du auf dem iPhone Beschränkungen deaktivierst. Wenn du einen Passcode für die Bildschirmzeit einrichtest, kannst du deine Apple ID und dein Passwort eingeben, damit du sie wiederherstellen kannst, wenn du sie vergessen hast. Wenn du das eingerichtet hast, ist es einfach, die Zeitlimits zu deaktivieren, wenn du keinen Passcode für die Bildschirmzeit hast. Wähle auf der Seite mit den Bildschirmzeiteinstellungen die Option Bildschirmzeit Passwort ändern und klicke dann auf Bildschirmzeit Passwort deaktivieren. Du musst hier dein altes Passwort für die Bildschirmzeit eingeben. Tippe unten auf Passwort vergessen. Gib deine Apple ID und dein Passwort ein, um es zurückzusetzen. Was tun, wenn ich kein Passwort habe oder keine Apple ID zur Wiederherstellung eingerichtet habe? Mit Tenorshare 4uKey kannst du dein Bildschirmzeit Passwort wiederherstellen, wenn du es vergessen hast. Lade die Software herunter und starte sie auf deinem Computer. Schließe dein iPhone an den Computer an. Klicke auf dem Hauptbildschirm auf die Option Bildschirmzeitcode entfernen, um zu starten. Klicke auf Entfernen starten, um den Passwortentfernungsprozess zu starten. Warte, bis die Software den Passcode von deinem iPhone entfernt hat. Dies wird nicht lange dauern. Folge danach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Gerät einzurichten. Wenn du den Code entfernst, kannst du ohne Limit auf dein iPhone zugreifen.